Ich freue mich schon auf die erste Challenge, weil ich habe absolut Lust, auf ein Date zu gehen und mehr eins zu kämpfen. Heute ist es wichtig, dass die richtigen Leute zusammenfinden. Wir haben die Halbzeit, wir haben Bergfest und für den Sieg ist es sehr, sehr wichtig. Wie ist es um eure Lockstoffe bestellt? Ihr sollt nur mit Hilfe eures süßen Näschen euren Partner erriechen, ohne dabei etwas zu sehen und ohne sprechen. Ich habe ein gutes Näschen, ich kann eigentlich ganz gut riechen. Die Männer binden wir an Martha Pfähle. Die Frauen erschnüffeln ihren Favoriten und befreien ihn. Und gemeinsam machen sich beide dann immer noch blind auf die Suche nach diesem Buzzer hier. Geil. Und die zwei Paare, die am schnellsten buzzern, dürfen sich im Anschluss weiter beschnüffeln. Nämlich auf einem Date. Dann macht euch bereit für den Are You The One-Stupperkurs. Ich habe nicht noch ein paar Füben drauf und mache mir Scheiße. Ich denke mal, die Mädels werden sich gut Zeit lassen, da es heute halt wichtig ist, nicht irgendwen auszuwählen, sondern den Partner, wo sie halt glauben, dass er ihr Perfect Match sein könnte. Also richtig Sinn machen würden heute Dana und William und das sind unser ihrer, damit wir halt auch mehr Gewissheit bekommen. Also, auf mein Kommando geht's los. Drei, zwei, eins, los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sind wir richtig. Zieht aus wie bei Walking Dead. Nicht ertasten, riechen. Wenn es heute nach den Perfect Matches gehen soll, sollten mich am besten die Raffaela, die Zaira oder die Desiree losbinden. Da ich einfach der Meinung bin, dass es eine von den dreien ist. Das sind wir. Zaira und Jessica, ihr seid falsch. Was soviel ich jetzt gesehen habe, war Marius kurz vorab duschen und hat sich nicht einparfümiert. Deswegen, ja, wird nicht einfach hören, aber ich hoffe doch, dass da was weitergeht heute. Ich habe ein Deo drauf und ich hoffe immer, dass sie mich daran erkennen werden. Aber ich habe auch einen starken Eigenkörpergeruch. Deswegen gucken wir mal, ne? Also keinen negativen. Oh mein Gott. Hier. Hast du was? Ja. Ich habe mich an. Okay, die Jessica, die bindet schon jemanden los. Marie riecht an den Mädel. Echt? Okay, Mona Mee bindet auch jemanden los. Bei Jessica sieht das gut aus. Jessica? Auf die Suche nach dem Buzzer. Ich muss es immer so fühlen. Oh mein Gott. Wir haben das erste Paar. Und das zweite haben wir auch. Ich war sogar richtig. Ich habe dich direkt errochen. Das Sache ist die, dass ich tatsächlich den Dustin sogar als erstes errochen hatte. Und ich wollte jetzt nicht direkt den ersten nehmen, habe mich dann erst mal durch versucht. Und dann verstanden, nee, das muss der Dustin sein. Und bin dann wieder zurückgelaufen. Und dann war ich leider schon zu langsam. Rostig, doch, wir waren nur zu spät. Und das macht schon wieder überhaupt gar keinen Sinn da hinten. Alle haben erst mal den Achseln gerauchen, ne? Aber hat man so geraucht? Hey Marie, das hat mir geraucht. Das ist gut geraucht. Das läuft so hinter mir. Es ist gut, da ist Nakberry. Und ich darf nicht mehrins sagen. Vielen Dank.